Warte an Party? Warte an Party? Sind sie da? Ja, 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 ich bin da. Ich bin auf dem letzten Sprung zur Basis, dann ist die Post-A-Sankstation da. Oh, ja bitte. Zeig mir. 5, 4, 2, 1, 5. Ich hoffe ich stehe richtig. Hm. Achso. Ne, das ist 43 Kilometer. Ne, das ist unser Dings-Posten. Party an Spada-Sankstation kommen. Ja. Boah. Was gibt's da? Es wurden mehrere medizinische Komponenten gefunden an Fracks, die hier rumlagen. Oh. Ja gut, das spart mehr Arbeit. Ja, passt. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Nahrung. Okay, ja, das kriege ich hin. Ähm, bringe ich mit. Ähm. Schauen wir mal. So. Das sollte reichen. Bisschen was lasse ich noch hier oben. Okay. Ähm. Dann schauen wir mal. Ich sehe immer noch nichts von der Station. Wir müssen auf jeden Fall sehr vorsichtig fliegen. Sichtweite unter 10 Meter. Oh. Ja geil. Gut, dass ich meinen Jäger habe. Wo ist sie denn? Ich sehe nichts. Unter hier. Unter unser Station. Also vor der Zwischenstation und Planeten. Ah da. Uh. Oh. Oh Mann, die alte abgehalfterte Hyperion Technik. Wahnsinn. Gut. Aber das funktioniert. Funktioniert nicht. Das scheint ja alles dran zu sein, was wir brauchen. Ja. Sehr geil. Sehr gut. Ja gut. Äh. Oh mit Bohrer. Bring das äh. Bring das Baby runter. Ja. Das zweite Schlachtschiff wird auch noch Schweine eingeschweißt. Sehr gut. Und seit Zettelte könnte er ein Modest, ein Fundament bauen, wo er zwar ankern. Ja. Oh ja. Das wäre hilfreich. Wäre eine gute Idee. Okay. Ja und wie groß soll das Fundament sein? Muss nicht zu groß sein. Du kannst ja erstmal an einer Seite verankern und dann... Ja, stimmt. Eigentlich reichen erstmal ein paar Blöcke. Das Problem ist, ich sehe aktuell einfach nichts. Ist schlecht. So. Kann ich mich eigentlich schon an? Kann ich nicht. Ich muss näher ran. Halleluja. Ich komme einfach mit dir mit. Dann mach das irgendwie nicht. Dein Bohrer steuert auch hübsch dagegen, ne? Ja, ich nehm das gerade. Ich versuch's einfach mal ein bisschen. Hm. 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 Ich versuch's nicht. Ich versuch's nicht. Wow. Du gehst ein bisschen mehr ab als ich. Aber du bist nicht wirklich gut auf Kurs, ne? Ja. Ja, ich versuch's noch ein bisschen weiter nach vorne, ich glaube. Das ist... Weit ab vom Schuss. Weit ab vom Schuss. Weit ab vom Schuss. Ja. Ich bin wieder belated. Und jetzt nicht mehr. Okay, ich kann dir nicht folgen. Deine Station ist zu mobil für den GGF. Oh. Hahaha. Die ist... Die ist träge wie die Sonne. Wenn du das beschleunigen kannst, dann gut. Mhm. Aber du musst halt auch ordentlich was gegenhalten auf der Gravitätstation, ne? Ja gut, das stimmt. Oh, das war knapp. Das war knapp. Das war knapper. Mhm. Okay. Das war... Das war nicht so gut. Ja. Naja, dann flieg ich halt mit dir runter. Ja, mach das. Außer... Das andere ist jetzt noch... Ja, 16... Nee, ich flieg mit dir runter. Ich hab nämlich keine Sauerstoffflasche mit. Glaube ich, oder? Hab ich eine mit? Oh ja doch. Ich hab fünf Stücke. Ah. Uh, Glasboden. Ich muss nach oben, nehm ich mal an, oder? Ja. Da sind Sitze. Mit Kurkaran und alles mit. Tja. Wenn ich wüsste. Ja, da ist nur eine Treppe. In der Mitte. Hier sind die Leuchtbobbles. Äh, ne, hier die Fernseher. Ah, da. Da. Ah. Boah. Sehr krall hier oben. Hier liegt es mit mäßig. Oh, mit Blick auf Garten. So, dann brauche ich mich mal... Mal was. Wo? Ist das Ding voll? Ja. Halbfall. Das hast du bei der Stelle. Ach du Scheiße. Ah ja, jetzt wo ich es sehe. Schau mal mal. Gestein. Ja, okay. 41.000 Stahlplatten. Also ich sehe... Und da ist noch mehr. Ach du Scheiße. Wir können da unten eine ganze Stadt bauen. Wir dürften mehr sein. Und eine Million mit Magnesium. Cool. Hat er nicht letztens einer gesagt, wir haben kein Magnesium? Ja, auf der Werft haben wir keins mehr. Das stimmt. Du kannst da den Shuttle-Transport dann von hier zur Station einrichten. Naja, wir brauchen bestimmt auch ein bisschen was. Aber ja, eigentlich stimmt. Könnte man das so... So machen. Bleiben das Fachbrünnchen und dann... Kannst du eben sagen, hier... Mhm. Hm. 12 Kilometer. Die Landeplattform wächst. Okay. Okay. So machen wir den Fristionsblock bitte rein. Hm? Mach mal dann mit dem Fristionsblock rein. Was wir vor dem Weg können. Stimmt, wenn sie fest... Ja, fest ist besser als... Jetzt. Ja, das ist niebelsuppe. Das sind. Wie man einfach gar nichts... Gar nichts von unten sieht. So wirklich, außer ein bisschen Licht. Ja. Das Ding bremst trotzdem immer noch. Und ist das pervers. Das ist schon Hydro, oder? Mhm. Das ist schon Hydro, oder? Ja. Ja. Alles andere macht das nicht gut. Oder würde so viel Energie fressen, dass das... Naja. Eben. Eben. Ich könnte das jetzt nicht... Nicht so definieren. Oder hat einen guten Verbrauch. 3% bis jetzt, also... Ja, hat aber auch... 4... 4... 4... Also der Fristionsblock funktioniert erst dann, wenn man... Weiß, wo der genau hin muss. Was? Doch, noch nicht, ne? Hm? Ich brauche ja nur einen Einzug auf die Tür. Von einer Stelle, was ich angefangen. Dann die Faktion erinnert. Ja, einfach auf den Boden nach oben zeigend. Also in den Boden rein am besten. So hast du bei dir gar keinen dran. Ne, den machen wir dann ran. Guckt der Bohrer weiter nach unten als... Ja, ein Ticker, wo ich sollte ihm schwimmen sollen zum Glück. Das ist über Bord. Kann ich mir anmachen. Kann ich reinbauen. Nö. Was ist das für... Hä? Moment. Ach du Scheiße. Was? Hast du mal nach oben gekauft? Ja, genau. Das ist gerade sichtbar geworden. Ich guck mal oben. Ich brauche noch ein bisschen. Ich habe nämlich gerade ein bisschen zu wenig Stahlplatten am Start. Du kannst die hier rausnehmen. Ja, hier wären ein paar hunderttausend. Eine Million. Ja, fliege ihn ran. Ja, fliege ihn ran. Sieht wo? Ja, ich bin dran. Das ist nicht so. Das heißt, ich gehe schon mal raus. Dann kann ich schärfen. Ja, bring am besten ein paar hundert Stahlplatten. Und das... Nö. Ein paar habe ich jetzt nur im Inventar. Ich habe halt die Nahrung auch. Oh, warte mal. Die, das lege ich mal ab. Das Risiko gehen wir nicht ein. Wo komme ich hier an das Zeug ran? Ah, hier. Hier ist auf jeden Fall... Ich hab's schon mal. Na, das Spiel. Genau. Weil du musst das am Lebo ran. Guck mal, kannst du die Stahlplatten auch rausnehmen, ja? Sag ich hin. Ich bräsen, gerade unten rein, ne? Das ist ja klar. Ja, ich weiß. Ich hab's jetzt schon angemacht, dass du ein bisschen... ... er soll. Und dass du gleich da ran kommst. Da ist ja im Übrigen Silber in der Nähe, wo du koppelst. Okay, scheiße. Hast du denn reingefahren? Dann macht dir eine Kante, dass du wieder rauskommst. Oh, oh, scheiße. Da hab ich jetzt auch nicht dran gedacht. Auch untergefallen? Ja, ich bin einfach ausgestiegen mit Jetpack. Okay, das ist natürlich... Du müsstest aber trotzdem noch weiter zur Plattform. Ja, kann ich bitte machen. Ja, ich muss nur wissen, was, wenn er da hat, dieses Bohr-Armchen. Also ja, gut, das... Da, wo der Bohrer ist, da müssen wir dann halt... Dann lass mal dann frei. Ja, aber eben, das muss ich... halt hier sehen, dass ich das weiß, wo... Hm... Hm... Mhm... Mhm... Willst du das jetzt hier zu haben? Ich würde mal kurz zumachen und wenn er dann positionsmäßig richtig steht, dann können wir frei machen, das, wo wir nicht brauchen. Also, setz einfach in der Mitte erst mal für den Sumpf, das muss ja passen. Ich hätte jetzt einfach an irgendeinen Fuß eingemacht... Und von da aus die Plattform weiter... Ja, genau... Weil alles andere ist ja eher so, probier mal 50 mal rum, weil... Ähm... Ich wusste ja nicht, wie groß ich die Plattform machen muss. Ja, gut, das stimmt schon, aber wir haben ja gesagt... Warte mal... Oh, oh, einer erreicht. Ganz, ganz schlecht. Hier, Hammer ein. Der nicht fertig ist. Also, das ist einfach mal probieren. Ja, wir müssen mich dann halt ein bisschen anweisen und einen Fuß müssen wir halt auch austauschen. Ja, ich bin dabei. So... Äh, kannst du ein bisschen weiter runterkommen? Ein kleines Stück, geht das? Obwohl, er macht... Ja, okay. Hättest du den ja schon so ein bisschen setzen können, dass der hier gescheit ist, ne? Ne, brauche ich doch überhaupt nicht. Wir bauen doch die Plattform dann da drumrum, Sachi. Was... Das wollen wir da ewig rumprobieren. Das war... Jetzt fährt grad der Bohrraum. Ja, das macht nichts halt ein Schild. Schauen wir mal, wie lange. Das hält er aus. Wie viel hat er? Oh ja, das hört sich. Und jetzt kann man auf einsteigen und wegfliegen. Das war ja nicht fliegen. Stimmt, ja. Stimmt. Das war geplant. Mach nur... Ich hab nur Dingsauszeichen, ne? Tricker-Semper bei dem Bohr. Also, erst angemeldet. Eieieiei, immer dieses Ding mit der Automatik, ne? Das ist das keiner von euch. Eieieiei. Ich hab dann manuell ausgemacht, den Trick als zum Beispiel. Ja. Die wär natürlich... So. Dann komm mal ran auf den Meter hier. Sieht schon mal ganz gut aus. Wow. Bohrer umgedreht haben wir auch, okay. Okay. Fliege mal weiter. Du hast die Trick als dann für immer noch raus. Ja, so. Du bist... Ich hab dir eben gesagt, die Trick als der Börsen raus. Was machst du denn ohne Trick als der Börsen? Ja. Weil er es kann. So. Noch ein Stück nach hinten. Ich weiß ja nicht, wo... Ja, genau in die Richtung. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und jetzt kannst du langsam mal runterkommen, weil... Das ist relativ zu hoch, um zu sehen. So. Zurück, zurück. Also, ne, an die andere Richtung. Also, wie du vorher geflogen bist. Ach so. Genau. Noch ein Stück. Noch den... Ja, jetzt... Du solltest hübsch drüber sein. Genau, jetzt kannst du mal runter. Runter. Und du musst jetzt entweder nach rechts oder nach links ein Stück. Das ist jetzt die Frage. Ich weiß nicht, wie rum du sitzt. Hin zum Hauntfront oder weg zum Hauntfront? Hin zum Hauntting-Dings. Ja, ja. Und jetzt runter. Dann bist du genau drauf. Na ja, fast genau. Jo, jo. Runder. Warum verbunden? Dann geht man mal ein Bohrer reparieren. Wo hat denn der... Hat der wahrscheinlich hinten seine Triebfahrt noch oben gehabt, oder? Ne, da hat er auch welche. Der hat... ...die Hälfte verloren von oben. Es geht eigentlich gerade eher drum, dass wir hinten das Zeug irgendwie auch sammeln können. So, das ist doch mal traumhaft. Aber... Ich würde gar nicht so eine riesen Plattform bauen, ehrlich gesagt. Und jetzt wird da nur noch Treppe bauen, was wir an den Flüssen hochbringen können. Ich hätte... Ja, ich hätte... ... jetzt einfach nur so Podeste um die Landebeine gemacht. Das ist ja... ... sonst Materialverschwendung bis zum Gehtnichtmehr. Die ist an, merkt man gar nicht. Der hat's auch überlebt. Tja. Na, warte, ich probier doch mal schnell hier. Wundervoll. Inventory, 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 in hat sie es jetzt und ich dann nur einmal umdrehen zu dem loch und quasi weil dann soll man das hier nicht mal sagen wo auch so dass jetzt für die enteile ja da war noch nicht alles dann waren noch große Teile oben in der Suche da muss man die Verbindung wieder herstellen für den das war der Gänse das ist das nehme ich mal da rein so ist bitte nur fern gemacht Ja, ne, stell das mal, also tu mal das anmachen, dass es Teile aufsammelt, wir hier liegen ja über noch Sachen rum, das tut's doch normal, aber das hängt von nur automatisch, ja, ja, ist dann das zu weit weg dafür, oder ist es aus, ich komm halt nicht ran, ich kann's jetzt sagen. So, gut, das ist nicht. So, find mir, wie setzt du mich jetzt auf? Das war ja nicht, aber das ist zu viel. Das ist gut, so. So. Okay. So. Das ist jetzt mal so, und dann gucken wir mal, wo wir da von den Füßen hin müssen. Inventory Foes. Ich weiß, das ist Inventory Foes. Inventory Foes. Inventory Foes. Weil, wir machen jetzt hier ein. So. So. Ah, okay, hat er angesammelt, das ist sowas gut. Andra. So. 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 Inventory Foes. Inventory Foes. So, so ist das durch. Wurschteln. So und so. So was I am Blueprint? Hmmmm. 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 Ein Stückchen runter. Scheiße. Spinne. Spinne. Na ahnung. Das habe ich mir gebrochen. Ist das schon ein Projekt da drin? Ja. Ah. Ich wollte es gerade in die Hand schrauben. Ja, ich sehe es. Ich muss erstmal den Tanks einstellen. Ja. Ohohoho. Gut dass wir die Gatling haben. Das Vieh hat mich fast gefressen. Wollt er noch links? ok dann wollte ich genau hier mir das raussuchen die farbe geht leichter als wenn ich da so ok nein warum warum irgendeiner zieht hier wie ein wahnsinniger gerade die linien durch wo du vorhin gesagt wir machen podeste ja nicht eine riesenplattform für die podeste quasi ziehe ich mir gerade hier die dinger und dann kann man den rest wieder raus platzen ach so du willst ach so dass das ja ok verstehe ich verstehe ich kann doch mal deinen Füßen unterbauen wäre auch gegangen ja aber so kannst du sie richtig verankern da sind die alle symmetrisch gleiche Höhe also ich hätte die Füße abgeflexen und das direkt runter nehmen ja genau das kann weg das lassen wir mal kurz so können wir hier die schräge ganz gleich machen dann kann man da einfach hochlaufen äh ich hätte so noch eine treppe vielleicht reingebaut ach so ich bin noch offen obwohl wenn du ah ich weiß was du meinst wenn wir jetzt geht sich das aus ja das geht sich aus wenn wir das so machen wolltest du dies zusammen nicht zusammen haben wasen ne wofür sind sie nicht autark die mann auf so nein ach er hat schon wieder ich hasse es jedes mal was denn ach der haut mich immer der gibt mir mehr Berechtigung als ich haben will ok jedes mal wenn ich join weil ich nämlich eigentlich gar keine interne hab genau der kommt da gar nicht rein also was mach ich da uuuuuhh interne das ok machen wir eine verbindung zu dem kleinen scheißer oder nicht was hä das ist ein kleiner scheißer ja gegen das monster hier ist das andere ein kleiner scheißer oh nein ja nur andersrum andersrum ist die frage wie kommen wir da hoch an den füßen ja wir arbeiten gerade dran das ist ein kleiner scheißer oder nicht Da stehe ich im Weg. So. Okay. Naja, das ist hier... Naja, das muss ich dann auch mal gucken. Ja, oder wir gehen hier gedugt hoch. Ich meine, das ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Uah. Ich komme mit. Uah. Ich glaube, wir treppen. Ich weiß nicht, können wir da auf der Einstiegeltreppe setzen? Na, so wie er es gerade macht, geht das? Ich habe nur auf einer Hinblick zu. Hm, ja, ich hab doch schon keine Mots. Was? Ja, wir finden. Wahrscheinlich interne. Hä? Warte, lass mal was. Ja, aber geht. Ist immer hochlaufen. Okay. Ja, jetzt. Wir sind auf beiden Seiten noch. Wir sind auch von voraus. Geht. Und. Komm, komm, komm. Ja. Okay. Ich weiß nicht, kann man... Keine Höhenangst haben, wenn du hier oben stehst. Nee. 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 Das stimmt. Wuppe da. Das sind ja jetzt normale Spiegel, ne? Nee, hier machst du einfach auch so eine Treppe rein. Ja, ja. Aber da kannst du nur die Geländertreppen reinmachen. Nee, da kannst du die normale reinmachen, nur längs. Ja, aber wenn, dann hätte ich's nach unten durchgezogen. Weil, ach so, dass man durchgehen kann. Ah. Ja, genau. Wie ich nix gesagt habe. So hast du dir den Kopf dann da oben. Ja, das hab ich schon gemerkt. Aber kann man, darf man die hier auch wegmachen? Geht das, oder? Ja. Äh. Zeigen, ja. Weil? Da hätte ich dann normale rein gesetzt. Inventory full. So. Dafür brauche ich... Ach so, scheiße. Ich hätte mich runterlaufen brauchen. Herstellungskomponenten. Richtig. Herstellung... Das hier ist auch ein bisschen... Oder ist das schon umgestellt? Nee, hab ich nicht. Ach so. Ach so. 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 So, genau. So. Okay. So. 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 Okay. Oh, noch nicht. Das ist mit Vorsicht zu genießen, aber naja. Lassen wir das erstmal abmachen. Oh ja. Ja, da muss echt... Sonst ist es empty. So. Ihr habt nämlich gesagt, wir designen erstmal einfertig und dann... Ja, ich hab das ja nur quasi in zweier Reihe um die Dinger gemacht, nämlich. Das passt ja dann super. So. Schauen wir mal so her. Dann ist da der Mittelpunkt noch mit. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Eins, zwei... Weiß es nicht. Machen wir das jetzt mal so. Studieren gegenüber studieren, ne? Die Spinne! Was ist das denn? Das stimmt. Ich bin schon alles. Okay, so. So. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Hallo, ja.